Full Face mit Lipgloss? Ich werde so glänzen. Okay, ich glaube, ich könnte die zu einer Foundation mixen. Das funktioniert sogar irgendwie. Dann nehme ich nur den als Concealer. Der ist halt leider fast durchsichtig. Und ein bisschen scharf in den Augen. Das könnte sehr, sehr dunkel werden, aber den nehme ich als Bronzer. Wie gut. Und soll ich mich trauen, den als Blush zu verwenden? Ich meine, er ist schon sehr pink. Mein komplettes Gesicht glänzt und brennt. Aber zumindest ist mein Blush schön. Und dann den wieder für die Augenbrauen. Wieso sieht das einfach nur aus wie Augenbrauen-Gel? Wir müssen den Lidschatten in dieser Farbe hier machen. Und ich habe noch was. Puren Glitzer. Sieht so schön aus, aber es sollte echt nicht in die Augen kommen. Was sagt ihr? Eyeliner? Es funktioniert einfach. Und noch ein bisschen was auf die Lashes. Und jetzt fehlen eigentlich nur noch die Lippen. Und das ist der fertige Look.